Hallo, mein Name ist Julia und du kennst mich vielleicht von meinem DIY-Blog funkelfaden.de. Ich habe das Buch Basteln mit Papier für Kinder ab vier Jahren geschrieben und möchte dir jetzt gerne zeigen, was du in dem Bastelbuch alles entdecken kannst. Das Buch beinhaltet verschiedenste Bastelprojekte für kleinere und aber auch schon etwas größere Kinder, die alle mit dem Material Papier zusammenhängen. Dabei war mir besonders wichtig, dass du nicht außergewöhnliche Materialien extra kaufen musst zum Basteln, sondern das meiste schon bei dir zu Hause findest. So basteln wir mit altem Zeitungspapier, mit Eierkartons, mit Klorollen, aber auch mit Rasierschaum. Du lernst, wie du deinen eigenen Kleber herstellen kannst aus Mehl und Wasser, und was du alles für Projekte mit Papier rund ums Jahr basteln kannst. Dabei sind Ideen für den Kindergeburtstag, aber auch Dekorationen für Weihnachten oder Ostern, Spielideen aus Papier und ganz praktische Alltagsgegenstände. So kannst du zum Beispiel deinen eigenen Bilderrahmen gestalten, ein Sparschwein bauen oder auch diese lustigen Lesezeichen falten. Für die Lesezeichen gibt es übrigens auch ein Videotutorial, das du bei Funkelfaden findest. Ebenso habe ich ganz neu für euch auch nochmal eine Idee, wie du aus altem Zeitungspapier große Perlen basteln kannst und die dann auch noch kunterbunt mit Farbe gestaltest. Perfekt für die Herbstdekoration oder auch vielleicht schon ein erstes Bastelprojekt für Weihnachten. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn du dir das Buch mal genauer anschaust und wenn du direkt loslegen möchtest, findest du wie gesagt auch ein paar der Tutorials bei Funkelfaden. Bis bald und bis dahin viel Spaß beim Basteln!